In diesem Video lernen Sie die Konflikteskalation nach Friedrich Glasl kennen. Friedrich Glasl definierte ein Phasermodell der Eskalation, um Konflikte zu analysieren. Es gibt drei Abstufungen. Win-Win, d.h. beide Parteien können noch gewinnen. Win-Lose, eine Partei gewinnt, die andere verliert. Und Lose-Lose, beide Parteien verlieren. Pro Abstufung gibt es drei Hauptphasen. 1. Die Verhärtung 2. Die Debatte 3. Taten statt Worte 4. Koalitionen 5. Gesichtsverlust 6. Drohstrategien 7. Begrenzte Vernichtung 8. Zersplitterung 9. Gemeinsam in den Abgrund Wir schauen uns nun diese Hauptphasen detaillierter an. 1. Verhärtung Konflikte beginnen mit Spannungen. So hat z.B. eine Drittperson auf ihrem Parkplatz soeben sein Auto abgestellt. Sie können den Vorfall unterdrücken und stellen ihr Auto auf einen anderen freien Platz. Der Konflikt wäre so erst gar nicht entstanden. Wenn sie sich aber innerlich aufregen, besteht ein Konflikt. 2. Debatte Die Konfliktpartner probieren mit Argumenten zu überzeugen. 3. Taten statt Worte Die Konfliktpartner erhöhen den Druck, Gespräche werden abgebrochen. 4. Koalitionen Die Konfliktpartner suchen Sympathisanten, so mischen sich die Beifahrer ebenfalls ein. 5. Gesichtsverlust Der Gegner soll in seiner Intentität vernichtet werden. Es werden alle möglichen Unterstellungen gemacht. 6. Drohstrategien Es werden nun Drohungen ausgesprochen. 7. Begrenzte Vernichtung Die Drohungen werden nun umgesetzt. In unserem Fall wird dem Auto ein Kratzer verpasst. 8. Zersplitterung Das Unterstützungssystem des Gegners wird in die Vernichtungsaktion mit einbezogen. So wird der Beifahrer geschubst. 9. Gemeinsam in den Abgrund Die eigene Vernichtung bzw. Konsequenzen sind nun egal. Die Parteien zerkratzen sich nun gegenseitig die Autos. In solchen Fällen hilft meistens nur noch die Polizei, das Gericht und eventuelle Konsequenzen. Die Aussage Um einen Konflikt lösen zu können, ist es von Vorteil abschätzen zu können, auf welcher Stufe sich diese befindet. So kann zum Beispiel ein Konflikt auf Stufe 3 einfacher behoben werden als ein Konflikt auf Stufe 9. Hier noch die Zusammenfassung. Das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Vielen Dank.